hi leute und herzlich willkommen zu einer neuen demo folge ja ich hatte ja gesagt dass das demo week ist hier bei auf steam und heute spielen war den kaffee renovator ja wir sind hier in paris der leider gottes wenn ich dieses spiel spiele ruckelt wie sau mein wolf deswegen bleibt er heute mal aus ich hoffe ihr nehmt es mir nicht krumm ja deswegen so auf jeden fall fangen wir mal an das spiel ist auf englisch ich habe es auf der höchsten einstellung die es im moment gibt hier schön auf high und allem drum und dran ja deswegen wenn nimmt es mir nicht krumm wenn ich nicht alles zu 100 prozent übersetzen kann bin jetzt hier nicht der perfekte englischreder naja jetzt fangen wir mal an das haben wir das mal gekauft bei dieser hau zu einem tabulator taste drücken um ins menü zu kommen haben wir hier zwei mails cleaning teil genau das ist ja das heißt sie sollen jetzt erst mal den crowbar das heißt unsere das ist ein rechen genau wie es gerade eine andere nicht gefallen so jetzt müssen wir das mit linker maustaste können wir da drauf hauen das zerstört wohin das kommt keine ahnung aber auf jeden fall wie zerstören ist da machen wir mal schön hier alles frei die ganzen fenster dann gucken wir mal wie schön unser kaffee wird oder ob es wieder so ein reinfall wird wie sonst immer ja so haben wir es doch das ist doch schön wenn wir hier noch ein bisschen was los nur den ganzen milder entsorgen ich werde mal gucken morgen also später mal mit mienchen reden dass wir live stream machen dann werde ich den heute schon an ja anpinnen also dass ihr das wisst wann das ist also werden definitiv morgen mal wieder ein live stream machen wenn nichts dazwischen kommt natürlich nur von was kann ich euch natürlich nicht sagen das weiß ich nicht ich denke mal wir werden noch ein bisschen ls spielen ja im moment bin ich am harry potter spiel wenn ihr dazu mal ein live stream sehen wollt könnt ihr ja mal in die kommentare schreiben und dann haue ich auch mal gerne den harry potter stream hoch kann ich gerne machen vielleicht machen wir auch eine umfrage heute mal schauen ja auch eigentlich eine idee mal wieder eine schöne umfrage die ihr machen könnt was unser erstes stream nach der pause die wir gemacht haben mal wieder sein wird genau langsam reden was besser haben wir jetzt alles hier sind auch noch sachen die zerstört werden müssen hier kann ich nie rein ja das ist weg hier noch eine heizung kaputt das geht nicht wird sie alles weg ja ne finde ich ist alles weg es liegt hier auch noch was ein autoreifen ok weg weg das ist eine alte kaputten platte die geht nicht weg das haben wir hier hinten noch oh meine güte da ist auch noch anders so ist ah guck mal das ist ganz natürlich ne also da ist nichts dran das ist ja klar das hätte mich auch gewundert wenn das kaputt wäre so das noch und das noch ne die Tür wollte ich nicht kaputt machen die ist aber abgeschlossen da kann ich nicht rein aber hier kann ich doch kann ich auch nicht raus da steht ein auto so da hat er dann auch ein besen 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 dann botzen 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 da komm schon da geht doch ach da habe ich noch was vergessen ja dann machen wir hier noch weg schnell den Fleck und dann gehen wir nochmal rein und holen uns den ähm mit die Brechstange so dich legen wir mal da hin komm komm dass da Musik herkommt ich hoffe mal nicht dass die Copyright ist eigentlich hatte ich alle Musik ausgemacht deswegen wundert es mich ja das ist nicht gut ich hoffe mal nicht dass ich an diesen ähm Tisch dran muss ich werde jetzt merken ob das Copyright Music ist da ist aber nirgends um was rum hä wenn hier keiner das clean up ach so guck mal guck mal guck mal da steht's clean up any stain on the cafe permission ok wir sollen alles jetzt sauber machen ja ja sehr gut so das haben wir auch so das muss ich habe noch eine neue E-Mail Shopping time by using Pi-Menu and Cam the Table Tool Shop so Tablet ja ne das war für E-Mail jetzt muss ich bestimmt an den Computer oder naja ok wie ich da jetzt hingekommen bin weiß ich zwar nicht ah ok das heißt man muss Tab Taste nehmen da drauf lassen und dann nochmal Tab drücken ok aber dann kriegt man erstmal einen brutalen Augenflash Alter weil das so hell ist boah äh aber meine Augen use Tool Shop application in Tablet Projekt to order Box up Small Paint Roller Tool Shop Small Paint Roller oh das wollen wir schon aber alter ist das hell leck mir haben wir denn mhm da ist irgendwo draußen ne Poststation da ist ne Packstation das ist geil das ist geil da kann man hier schön an seiner Packstation ein Paket holen das hat was coole Sache da ja mit dem Mausrad kann man dann auswählen was man da genau benutzt aber das ist vom Boden her alles gleiche oder was mhm ah ich will da keine das ist doch Boden Farbe ah jetzt kommt die Wand Farbe schön weiß finde ich das sieht passt ein bisschen oder ja aber hier schön weiß sieht ein bisschen gut aus weil hier nämlich auch manche Sachen nämlich nicht weiß gehen ja das kann man natürlich nicht werben war ja klar ja doch so geht das ja das kann man natürlich nicht aber das ist nicht schlimm denn hier so weiß ein paar schwarze Akzente da okay die gibt es wie gesagt wie auch bei einer anderen demo schon wenn euch das gefällt was ich hier mache und ihr wollt davon mehr sehen wie ich noch mehr kaffees zu renovieren tun dann zeigt es mir indem ihr schön likes da lasst und dann werde ich das spiel kaufen und dann werde ich daraus ein let's play machen um und sie haben dann noch da noch obten wenn sie mal dann noch neben kaffee das tun muss ich ja noch und die machen man die die wollen die wandfarbe im Bad. Na viel geht es aber nicht. Aber wir könnten hier so Babyblau. Das sieht irgendwie witzig aus. So. Ja, kann ich nicht. Schade. So. So. Was müssen wir jetzt noch machen? Das ist den Flur. Okay. Dann machen wir aber hier im Boden das hier. So ein bisschen den Boden hier. Das sieht schön aus. Ja. Passt. Finde ich. Haben wir das geschafft? 100%. Gut. Das ist nur die Frage, wie machen wir das im Café. Da will ich jetzt nicht diesen Boden hier haben. Auch nicht so komisch. Das sieht auch mit zu clean aus. Steinboden? Ich weiß nicht. Ich werde da schon ein Holzboden lieber. Ja, das hier. Der sieht auch schön aus. Ja, ein bisschen was zu tun. Ja, ein bisschen was zu tun. Ich werde das Bild wieder so hell. Ah, Leute. Das ist heftig. Ja, klar. Das wird noch normal. Aber trotzdem. Also für ein erstes Ding. Boah. Da krieg ich hier auch ein Schlag, wenn du das siehst. Gut, der mir richtig in den Augen will. Ich hoffe mal, dass wir das fixen, bis das irgendwann dann rauskommt, das Spiel hier. Weil das wäre echt ein bisschen heftig. Oder wo sind die? Ah, jetzt können wir schrauben es hier. Eine Schra... Ja. Ne? Genau. Eine French. Ah, okay. Mit der hämmern wir. Ja. Ist auch eine Möglichkeit. Spart man sich einen Hammer, ne? Der Hammer ist bestimmt teurer. Ist gleichzeitig ein Kleber und alles andere auch. Würden wir machen. Ist das... Ach so, ja, 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 ja. Kaffeemaschine. Finish main by decorator. Put Kaffeemaschine one on the counter. Decorate the main cafe room with four stairs and two tables. Also... Ach, guck mal hier. Warenhaus. Auf I kann man hier Warenhaus sehen, geil. Da gehen wir um Tablets. Kaffee ab. Staff. Gallery. Delivery. Reports. Toolshop. Ne, Tool ist ja was anderes. Da können wir nichts mit anfangen. Delivery geht auch nicht. Staff. Decorator. Ja, wo ist denn der Decorator? Wie komme ich da drauf auf den Decorator? Ach, hier, Decorator. Ja. Genau, genau. Ja, schlau. Ähm, okay. Soll ich jetzt jetzt nur eine Kaffeemaschine erstmal kaufen? Dann machen wir jetzt erstmal als erstes eine Kaffeemaschine. Wo haben wir sie denn? Ach, guck mal hier. Bei Q kann man eine Kategorien auswählen. Ah, guck mal hier haben wir doch eine Kaffeemaschine. So, die haben wir hier gesetzt. Die kostet uns sogar nichts. Die ist komplett kostenlos. Das ist doch schön. So, und jetzt noch mal den ganzen Ding hier mit, ähm, Stühlen und Tischen. Welchen Tisch nehmen wir denn? Der sieht ein bisschen dumm aus. Der kostet 500. Wie viel habe ich denn? 10.000. Also muss ich ein bisschen mit dem Geld sparen. Also werden wir uns erst einmal das hier nehmen. Aber wo stellen wir das hin? Hier erstmal an die Wand, aber erstmal ans Fenster. Das sieht ein bisschen geiler aus. So, hier. Und hier eins hin. Guck mal, das kostet nicht viel. Können wir doch mal hier hinstellen, oder? Shift, Rotate. Können wir das da draußen nehmen? Nein, nur hier drin. Ja, dann können wir das auch schon mal hier hinstellen. So, das passt auch schon nochmal. Und ja, wenn es gut aussieht, hier noch Fruchtsicht, das kostet auch nicht viel. Dann können wir hier noch einen schönen Hutständer und einen Jackenständer, oder was weiß ich, wie man das nennt, hinstellen. Und dann haben wir so, dann brauchen wir, was brauchen wir, vier Stühle. Ähm. Ja. Hier ist auf. Zack. Zack. So. Wir sollen das Badezimmer mit zwei Elementen dekorieren. Ich würde das Badezimmer erst mal putzen. Das sieht ja ekelhaft aus. Aber da könnten wir ja eigentlich schon mal eine schöne zwei Handtücher hängen. Das Einzige ist das Logische. Das muss ich sagen. Nein, wie kommt man da noch mal raus? Nein! Ah, hier. So. Okay. Was soll man jetzt tun? Auf die E-Mails gehen. Ich habe ein neues Tool gebraucht. Perfekte Farbe. Ich habe ein neues Tool gebraucht. Das ist schön. Die Zeit für die Decoration. Der Hauptcafe. Ja, habe ich ja. Ah, eine neue Brand. Damals noch. At this point, you're face difficult. Both sign, main interest display. Muss ich mal rausgehen, oder was? Hier. Wie nennen wir es denn? Pfälzer Kaffee. Und so wie ich Mine kenne, würde sie bestimmt dieses Ding hier haben wollen. Ja. Pfälzer Kaffee. Passt doch. So. Das sieht doch schön aus hier. Und was müssen wir jetzt machen? Ah, unser Arbeitstag beenden. Jetzt müssen wir hier dran. Genau. Wir arbeiten jetzt mal den Tag fertig. Ich hoffe mal, dass die Musik nicht Copyright ist. Ich werde es aber merken. Ähm. Genau, Kaffeeprofits. Haben wir nichts gemacht. Das ist aber klar. Good morning. I hope you are fully prepared for the next day before opening. Ich hoffe, du bist bereit für das Öffnen. Ich habe die Keys in the backyard yesterday for which I put it in. Ja, jetzt können wir hinten ins Warenhaus anscheinend rein. Die Tür, das machen wir mal wieder zu hier. Ah ne, die bleibt anscheinend offen. Die machen wir doch nicht zu. Nein, das ist ein Scheißhaus. Aber kann man das nicht putzen? Das sieht ja so ekelhaft aus. Kann man das streichen? Ne. Ich muss gleich mal gucken. Aber warte mal, da konnte man doch noch mehr kaufen. Toolshop. Basic Spraygun. Basic Pressure Washer. Da kannst du dich doch bestimmt auch mit dem Besen. Warte mal. Wir müssen mal ausprobieren. Das legen wir auch dorthin. Und dann nehmen wir den Besen und dann gucken wir jetzt mal. Achso, wir haben den Raum noch gar nicht gemacht. Nee, geht nicht. Schade. Dann bleibt das halt hässlich. Kann man irgendwas reparieren? Nein. Genau, hier müssen wir noch. Hier werden wir das hier alles nehmen. Die Farbe nehmen wir mal rot, oder? Ja. So, haben wir gleich hier noch ein bisschen da noch ein bisschen dann machen wir hier noch alles dicht ist das noch was hier können wir nix färben so, da sieht doch noch was aus da iiii wollen wir das weg machen ah ja, das ist besser ok das sieht ja aus hier überall so, genau get rid rubisch was was crowbar ja hübsche Autos und Fahrrad steht auch da was haben wir denn hier ah, guck mal hier guck mal hier ah, jetzt kommen wir auch hier rein hier haben wir das ganze Warenhaus das heißt wir müssen jetzt erst einmal das Ding hier brauchen wir so, jetzt legen wir mal los hier schön hier alles weghauen so, ich werde jetzt mal hier alles weghauen und wir sehen uns gleich wieder Leute so Leute, das haben wir jetzt auch erledigt mal eine neue E-Mail ihr kriegt ähm, you know backyard delivery app on delivery by next time at this moment you need three ingredients ingredients keine Ahnung was er von mir hat order any three warehouse ingredients per delivery ach so, ich soll irgendwas ordern jetzt mal für das delivery für Warenhaus hot drinks, cold drinks hot dessert hot dessert ach, meine Güte ach, meine Güte ach, meine Güte äh äh asso ingredients cappuccino und cola das reicht erst mal order so das haben wir fertig jetzt muss ich mir nur die Lieferung angucken ob die Lieferung da sind ah, da kommen die Lieferung ok da kommen die Lieferungen da muss ich mir mal hier wow, geil ja man wie fahre ich das? ah, mit der Maus und dann WASD kann ich fahren hoppala wenn ich das rein krieg ja ah vielen Dank ja tschüss tschüss äh leider mit ich finde diese äh 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 ah öh 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 naja ja ich glaube hier fehlt was was das machen wir jetzt das machen wir jetzt ja ok ok muss ich nochmal den Tag wenden kann ich nicht bestellen das Zeug kann ich auch nicht unpack the boxes ja ne also Leute ähm ihr seht's das war's anscheinend das die Box ist weg die ist verschollen ähm keine Ahnung Bermuda-Dreieck Loch Ness ich weiß es nicht vielleicht hat Minisse auch geklaut und sauf den Kaffee jetzt alleine ok plan ich weiß es nicht ich weiß nicht wo sie ist ich trink keinen Kaffee war ja klar dass ich da rein sprechen muss aber ihr seht's ja sie ist weg ich kann auch nicht mehr Takt beenden machen anscheinend ähm sagt mir das Spiel jetzt nicht weiter hab ich keine Lust mehr zu funktionieren ihr seht's da ist anscheinend ein großer Bug ähm bei mir jetzt entstanden wie gesagt wenn ihr mehr sehen wollt und das mal richtig funktioniert sagt Bescheid vielleicht hauen sie demnächst ein Prolog rein und dann haue ich nochmal ein Prolog drauf das geht an ein paar Folgen aber ansonsten hab ich's jetzt mal angezockt eine halbe Stunde reicht auch ich kann's leider nicht zu Ende zocken weil ihr seht ne es ist leider weg weg und wir trinken leider keinen Kaffee nein nein wir können leider keine Kunden bedienen nein nein deswegen lasst ein Like und ein Abo trotzdem da ne ist kostenlos tut keinem weh bis dennchen Leute viel Spaß noch im restlichen Tag mit euch Bayboy tschüss ich bin sicher ich bin Bis zum nächsten Mal.